Bergstraßen fahren, da musst du aufgewachsen sein. Entweder du kussst das von klein auf, und zum Lernen ist das wirklich schwer. Mittlerweile fahren wir schon fast 50 Jahre mit dem Traktor und jetzt funktioniert das ganz gut. Wir sind da am Drehort Gruberhof in Zöll und da ist das Wohnhaus des Bergdokters wo er mit seiner Mutter und seinem Bruder Hans und mit der gemeinsamen Tochter Lilli lebt. Wir machen da Bergdokterfahrten mit Besichtigung und Erklärung und natürlich auch mit einem Schnapps ja dabei, was bei uns die Ruhe ganz wichtig ist. Jetzt sind wir schon in das 18. Drehjahr gestartet und 16 Jahre bin ich schon beim Fahren. Angefangen haben wir mit einem Oldtimer Traktor mit dem Umbau der Pferdekutschen, dann umstiegen auf den Traktor mit dem Anhänger und jetzt haben wir schon die dritte Steigerung der Unitrack mit dem Hänger. Weil es mir um das auch gegangen ist, damit ich einen ganzen Reisebus auf der Leck. Früher mit dem Traktor habe ich gerade 40 Leute auflegen können, mittlerweile mit dem Unitrack sind wir jetzt auch 50 Leute aufgefahren und das ist für mich ganz wichtig, damit es da auch einen Reiseanbieter gut bedienen kann. Die ganz schwierigen Sachen sind natürlich die engen Kurven und nachher ist natürlich auch die Neigungen und natürlich auch Gegenverkehr zu beachten. Speziell die Radlfahrer und auch Fußgänger haben wir einige zu bewältigen und das ist natürlich auch da zu hinaufpassen und ganz wichtig, dass wir da unfallfrei über die Saison kommen. Wichtig ist die Sicherheit. Die Sicherheit steht immer im Vordergrund. Und da haben wir auch in Ko-Produktion mit der Firma Linden auch die Firma Gögl ins Boot geholt und die hat uns den Aufbau geplant. Und mittlerweile sind wir auch die Einzigen, wo sie das auch so anbieten dürfen und auch typisiert haben. Ja, es macht wirklich noch Spaß. Jetzt ist es halt natürlich nur so, das komfortable Fahren und Reisen mit so einem Unitrack ist natürlich auch im Vordergrund, das darf ich auch nicht vergessen. Aber wie gesagt, nach 16 Jahren ist das allweil noch ein unterhaltsamer Job für mich. So muss ich das eigentlich sehen. Und da stehst du dir früher gerne auf und fährst du gerne mit dem Männenspielzeug, wie man schon so schön sagt. Und das ist auch für mich noch ganz wichtig und bärig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist auch für mich noch ganz wichtig und bärig. Das ist auch für mich noch ganz wichtig und bärig.